Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiba und das ist der Adventskalender. Und zwar das 14. Türchen schon. Oh mein Gott, es geht so schnell. Ja, ich sitze heute mal woanders. Das liegt daran, dass mich das gerade wahnsinnig gemacht hat, dass es immer unscharf war die letzten Tage und ich einfach nicht verstanden habe, wieso. Und ich habe die ganze Zeit rumgespielt mit der Kamera, was hier eigentlich los ist. Und jetzt habe ich sie wieder normal auf meinen Monitor gesteckt, weil ich schauen wollte, wenn ich jetzt ein bisschen zurückrutsche und so weiter, passiert das dann auch? Nein, es passiert nicht, wie man gerade sehen kann. Ich verstehe es nicht. Wieso funktioniert es, wenn ich die Kamera auf den Monitor setze, aber wenn ich sie ein Stückchen weiter weg auf den Fernseher setze und hier rüber mache, dann geht es komischerweise, dann wird es immer so unscharf. Ganz komisch. Also jetzt bin ich auch in einem etwas rötlicheren Licht gehüllt, weil es leider schon recht dunkel ist. Aber ich habe gedacht, naja, dann machen wir es heute mal so. Ist einmal etwas rötlicher und schärfer und für morgen gucke ich mal, wo ich dann sitze. Kann ich ja noch ein bisschen mit rumspielen. Auf jeden Fall gibt es eine neue Geschichte und eigentlich ist das ja auch das Wichtige und nicht, wo ich sitze und wie scharf ich bin. Fangen wir an. Nieder mit den Weihnachtsmännern Wann es genau angefangen hat, weiß Melina nicht mehr. Vielleicht damit überlegt sie, dass sie nie den heiß ersehnten Teddy geschenkt bekam, sondern nur niedliche Rüschkleidchen, in denen Spielen und Luftholen verboten waren. Oder eine Strickliesel, mit der sie nur sinnlose Wollwürste herstellen konnte. Oder ähnliche Blödsinn. Kann sein, dass es passierte, als der Weihnachtsmann ihren Bruder Falco in den Sack stecken und verschleppen wollte. Das Schlimmste daran war jedoch gewesen, dass sie die erste große Lüge ihrer Eltern aufgedeckt hätte. Denn bei ihrer Falco-Befreiungsaktion hatte sie den Weihnachtsmann am Bad gezogen und das entsetzte Gesicht von Tante Bertha freigelegt. Gedankt hatte Falco es ihr nie. Im Gegenteil, er nimmt es ihr bis heute übel, dass er ihretwegen nichts ins Weihnachtsland entführt wurde. Im Gegenteil, er nimmt es ihr bis heute übel, dass er ihretwegen nicht ins Weihnachtsland entführt worden ist. Zehnmal hat Falco schon Weihnachten gefeiert. Seit etwa zwei Jahren stürzt er seine ältere Schwester in tiefste Depressionen, wenn er an seinem Geburtsdat verkündet, in 127 Tagen ist Heiligabend. Weißt du schon, was du mir schenken willst? Während Melina früher drei Tage vor Weihnachten einen kreativen Schub bekommen, für Falcos Scheriffsfigur ein Holster gestrickt fesselt oder für Falcos Scheriffsfigur ein Holster gestrickt fesselt, einen Totenfall geschnitzt hatte. Ich muss das nochmal lesen. Während Melina früher drei Tage vor Weihnachten einen kreativen Schub bekommen, für Falcos Scheriffsfigur ein Holster gestrickt fesselt oder für seine Indianer aus dem Stamm von Mamas Jukalpalme einen Totenfall geschnitzt hatte, was Mamas Vorweihnachtseligkeit empfindlich störte, war sie im letzten Jahr auf der Suche nach einem Geschenk vergeblich durch die Innenstadt gehetzt. Einen Tag vor Heiligabend. Das Ganze wurde zum Nahkampf mit Konsum... Das Ganze wurde zum Nahkampf mit Konsum-Terroristen, Kinder... Mein Gott. Das Ganze wurde zum Nahkampf mit Konsum-Terroristen, Kinderwagenschieberinnen, Tannenbaum-Geträgen... Das Ganze wurde zum Nahkampf mit Konsum-Terroristen, Kinderwagenschieberinnen, Tannenbaumträgern und Weihnachtsmännern. Von Maria und Josef mit dem Christkind keine Spur. Schließlich war sie vom Weihnachtscountdown Strom in eine Buchhandlung gespült worden. In die Kinderbuchabteilung, denn neben einem Super-Go-Experimentierkasten à la Chernobyl gehören zu Weihnachten auch Bücher auf den Gabentisch. Sie hatte die kunstvoll gestapelten Bücherberge umschifft, war gegen einen XXL-Mann geprallt wie Einzel-Titanik gegen den Eisberg, hatte sich schließlich in eine Regal-Ecke gerettet und ein Gespräch zwischen einer Oma und der Buchhändlerin belauscht. Wissen Sie, hatte die Oma erklärt und der Buchhändlerin ein großformatiges Buch zurückgegeben. Mein Enkel ist zwar verrückt nach Nacktwassen, Wombatz. Ich weiß auch nicht, woher er das hat, aber zu Weihnachten sollte es doch etwas Anständiges sein. Sechs, sagen Sie, ist er, hatte die Buchhändlerin nachgehakt und mit ihrem Blick den Bücherberg abgesucht. Doch für sein Alter ist er schon viel weiter, wissen Sie, und er interessiert sich für Tiere. Die Oma hatte stumm genickt. Bären! Alle Kinder lieben Bären. Schauen Sie mal, dieses Buch mit den kuschelig süßen Bären und der absolute Hit. Hinten da im Buch, da steckt zusätzlich eine CD mit unterschiedlichen Bärenlauten. Die Oma hatte den Kopf geschüttelt. Ach so, das sagt die andere. Das ab dem Bären sagt die, okay. Bären? Alle Kinder lieben Bären. Schauen Sie mal, dieses Buch mit den kuschelig süßen Bären. Und der absolute Hit. Hinten im Buch steckt zusätzlich eine CD mit unterschiedlichen Bärenlauten. Sie sollten unbedingt zugreifen. Die Oma hatte den Kopf geschüttelt. Na, na, na. Der Umschlag ist mir zu grell, zu orange. Ach, da kommt das Buch über den großen kaninchenassen Beutler doch wohl auch nicht in Frage. Na, 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 ne. Die Oma hatte die Buchhändlerin entsetzt angesehen. Ich suche etwas Außergewöhnliches und farblich Dezentes. Ein Buch, das vom Leben erzählt und von den wichtigen Werten. Verstehe. Mhm. Die Buchhändlerin hatte ins Regal gegriffen. Dieses Buch zum Beispiel erzählt die Geschichte eines zehnjährigen Jungen, der... Na, na, na. Der Junge ist erst sechs. Auch wenn nicht in seiner Entwicklung ist er schon viel weiter. Aber na. Hatte die Oma sie unterbrochen. Zu Weihnachten kann etwas mit christlichem Hintergrund nicht schaden, finde ich. Etwas, das jeden berührt. Und es sollte ein bisschen ausgefallen sein. Ach so, das sagt die Oma. Ich fange nochmal bei Nein an. Na, 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 na. Der Junge ist erst sechs. Auch wenn er in seiner Entwicklung schon weiter ist. Hm. Hatte die Oma sie unterbrochen. Zu Weihnachten, da kann ich etwas mit christlichem Hintergrund... Das wäre schon was... Ach so, nochmal. Zu Weihnachten, da wäre was mit christlichem Hintergrund ganz toll, finde ich. Etwas, das jeden berührt. Und es sollte ein bisschen ausgefallen sein. Ja, ja, na, 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 na. Hatte die Buchhändlerin sich gefreut. Bitte schön, hier. Mein erstes Buch von den letzten Dingen. Einfühlsam erzählt der Autor. Na, na. Hatte die Oma laut und bestimmt gerufen. Wissen Sie, was Klassisches... Ähm, ähm, ähm... Wie heißt das denn noch? Ähm... Tut mir leid. Tut mir leid. Das haben wir nicht. Melina hatte nicht gewusst, ob sie lachen oder weinen sollte und war geflohen. Mit gesenktem Kopf hatte sie die Fußgängerzone durchschritten, hatte für ihren Bruder bei einem Straßenhändler für 1,50 Euro ein buntes Freundschaftsbändchen gekauft, dazu im Supermarkt, ähm... Mit gesenktem Kopf hatte sie die Fußgängerzone durchschritten, hatte für ihren Bruder bei einem Straßenhändler für 1,50 Euro ein buntes Freundschaftsbändchen gekauft, dazu im Supermarkt um die Ecke einen Schokoladenweihnachtsmann für 1 Euro und war nach Hause geeilt. Als Falco am nächsten Abend unter dem Weihnachtsbaum ihr Geschenk auspackte, fand er es natürlich völlig bescheuert. Das hat ja höchstens 2 Euro gekostet. Aber es kommt von Herzen. Hatte sie geantwortet. Und habs, hatte Falco den Schokoladenweihnachtsmann, dem Melina das Bändchen umgehängt hatte, vor ihren Augen den Kopf abgebissen. Vielleicht rührt es daher, dass Melina... Vielleicht rührt es daher, dass Melina bei dem Gedanken an Weihnachten der kalte Schweiß ausbricht. Aber nicht nur das. Wenn sie Ende August nach Falkos Geburtstag und seiner Verkündigung, dass in 127 Tagen Heiligabend ist, die stramm stehende, dümmlich grinsende Weihnachtsmänner-Armeen in den Supermärkten sieht, wird ihr regelmäßig schlecht. Vor allem, seit sie mit Niklas zusammen ist. Nein, nicht weil Niklas sie an Nikolaus und damit an die drohende Weihnachtszeit erinnert. Niklas hat auch gar keine Ähnlichkeit mit dem Nikolaus. Er hat weder Pausbacken oder Knollennase noch einen Rauschebart. Die Ursache liegt eher beim Vater von Niklas, der in einer Schokoladenfabrik arbeitet. Liebend gern und kiloweise schleppt er das süße Zeug in Form von Schokoladenweihnachtsmännern oder Osterhasen an und verschenkt es. Und einmal hat sich Melina derart an Schokoladenweihnachtsmännern überfressen, dass sie nun diese meidet, wie Vampire den Knoblauch. Seither kann sie keine der in Stanyol... Seither kann sie keine der in... Seither kann sie keine der in Stanyolpapier verkleideten Figuren ansehen, ohne dass ihr schlecht wird. Zur Übelkeit gesellt sich aber noch eine weitgreifende Erkenntnis. Und diese Erkenntnis hat Melina ebenfalls den Vater von Niklas zu verdanken. Niklas Vater hat nämlich erzählt, dass Schokoladenweihnachtsmänner und Schokoladen-Osterhasen zur Schokoladen-Hohlkörperproduktion gehören. Dabei wird die flüssige Schokolade zwischen zwei Formen gefüllt, die dann im sogenannten Schleudergussverfahren so lange gedreht werden, bis sich die Schokolade gleichmäßig verteilt hat und erkaltet ist. Schon beim Wort Schleudergussverfahren ist es Melina ganz schwindelig geworden. Der Schokoladenweihnachtsmann, so erzählte Niklas Vater weiter, rangiert in Deutschland mit etwa 100 Millionen Stück auf Platz 2 hinter dem Schokoladen-Osterhasen. Das heißt ja, rief sie entsetzt, dass es mehr Schokoladenweihnachtsmänner gibt als Bundesbürger. Niklas grinste nur. Sein Vater nickte und erklärte, dass das, was Fachleute Schokoladen-Hohlfiguren nennen, entweder Osterhasen oder Weihnachtsmänner sind. Im Klartext kann man jedoch von Rohlingen sprechen, die zu Weihnachten oder Ostern unterschiedlich umhüllt werden. Wenn man so will, sagte er noch, wachsen den potenziellen Weihnachtsmännern plötzlich lange Ohren. Es ist wie eine, wenn auch seltsame Auferstehung. Und er hat sich darüber sehr gefreut, dass allein die Jahreszeit bestimmt, was aus dem Rohling wird. Festgesetzt hat sich bei Melina die Idee, dass Weihnachtsmänner ursprünglich Rohlinge sind und dazu noch grundsätzlich Osterhasen oder umgekehrt, wie im richtigen Leben. Diese tiefgreifende Erkenntnis brachte sie zu folgendem Beschluss. In diesem Jahr wird sie endgültig aus der Weihnachtszeit austreten und Weihnachten auf der ganzen Linie boykottieren. Und Niklas muss mit von der Partie sein. Schließlich sind sie ein Paar. Als sie am nächsten Tag von ihrem Entschluss erzählt, lacht er. Er ist ein wenig verhalten und unsicher. Ja, siehst du es denn nicht? Melina fasst es nicht. Weihnachten wimmelt es nur so von Rohlingen. Alle Orten treiben sich Weihnachtsmänner herum. Fettleibige und alkoholkranke Kinderverführer mit roten Nasen vor Kaufhäusern und auf dem Weihnachtsmarkt. Kinderverführer, sagt Niklas. Sie sollen Kinder zum Konsum verführen oder dazu ihre Eltern zu terrorisieren, bis ihre Wünsche erfüllen. Niklas lacht laut. Sicher, dadurch kommt die Wirtschaft in Schwung. Aber das Weihnachtsfest, die Idee von Weihnachten und was Weihnachten überhaupt ausmacht, bleibt auf der Strecke. Ach so, das ist sie. Sicher, dadurch kommt die Wirtschaft in Schwung. Aber das Weihnachtsfest, die Idee von Weihnachten und was Weihnachten überhaupt ausmacht, das bleibt auf der Strecke, erklärt Melina. Weihnachten ist nur noch ein Jubelfest des Konsums. In der ehemaligen DDR hießen die Schokoladen Weihnachtsmänner übrigens Jahresendzeitfiguren. Nochmal. Weihnachten ist nur noch ein Jubelfest des Konsums. In der ehemaligen DDR... Nochmal. Weihnachten ist nur noch ein Jubelfest des Konsums. In der ehemaligen DDR hießen die Schokoladen Weihnachtsmänner übrigens Jahresendzeitfiguren. Das hat sie irgendwo gelesen. Weihnachtsmänner sind Endzeitfiguren, weil sie in der heutigen Zeit vom Untergang der Liebe zeugen, schlussfolgerte sie. Niklas lacht nicht mehr, sondern schüttelt ungläubig den Kopf. Und deshalb möchte ich, dass wir uns in diesem Jahr zu Weihnachten nichts schenken, sagt sie. Gar nichts? fragt Niklas. Gar nichts, antwortet Melina bestimmt. Nicht mal eine Kleinigkeit? Nicht mal eine Kleinigkeit. Sie küsst ihn auf die Nase. Niklas grinst. Auch keinen klitzekleinen Schokoladen, Weihnachtsmann? Hör mir bloß mit Schokoladen, Weihnachtsmännern, auf, sagt sie streng. Ich mein's ernst. Er seufzt und nimmt sie fest in die Arme. Na gut. Du klingst nicht überzeugt. Sie wendet sich aus seiner Umarmung und sieht ihn an. Ich werde dir zeigen, dass zu Weihnachten aller Orten Rohlinge zu finden sind. Oh, nochmal. Ich werde dir zeigen, dass zu Weihnachten aller Orten Rohlinge zu finden sind. Und dabei ist Weihnachten eigentlich ein Friedensfest. Aber du wirst sehen. Von Frieden keine Spur. Morgen werde ich dich davon überzeugen. Muss das sein? fragt Niklas ein wenig bege... Äh, muss das sein? fragt Niklas wenig begeistert. Es muss sein. Was hast du vor? Das wirst du schon sehen. Am späten Nachmittag packt Melina den protestierenden Niklas bei der Hand und schleppt ihn in die Fußgängerzone. Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und entsprechend groß ist das Gedränge. Aus jedem Kaufhaus, jedem Geschäft, jeder Weihnachtsmarktbude erklingt ein anderes Weihnachtslied und dazwischen singen und musizieren Kinder. Mal besser, mal schlechter. Es ist das reinste Sänger- und Liederkrieg. Hm? Hm? Es ist der reinste Sänger- und Liederkrieg. Hörst dir an, sagt Melina. Puh, ist das gruselig, sagt Niklas und stöhnt. Da kriegt man ja einen Hörsturz. So genau hat er vorher nie hingehört. Meine Rede. Melina drückt tröstend seine Hand. Die Weihnachtszeit ist ein rundem Angriff auf die Gesundheit. Aber im Grunde ist Weihnachten doch ein Familienfest. Ach so. Aber im Grunde ist Weihnachten doch ein Familienfest, entgegnet Niklas. Und da ist immer gemütlich und fröhlich und... Unsinn, widerspricht sie. Weißt du überhaupt, wie viele Leute an Weihnachten durchdrehen? In unzähligen Familien kommt es zu Streit und Gewalttätigkeiten. Ach. Niklas springt zur Seite, um einen Weihnachtsbaumträger auszuweichen. Es ist der Stress, der die Leute durchdrehen lässt, ruft sie. Schau sie dir doch nur an. Zu Weihnachten rüsten sie in Sachen Rücksichtnahme ab und in Sachen sich einen Weg bahnen auf. Sie schrecken von nichts zurück. Da werden Tannenbäume zu Rannböcken und Kinderwagen zu Raumpanzern. Räumpanzern? Sie schrecken von nichts zurück. Ach nee, ich mach nochmal ganz. Schau sie dir doch nur an. Zu Weihnachten rüsten sie in Sachen Rücksichtnahme ab und in Sachen sich einen Weg bahnen auf. Sie schrecken von nichts zurück. Da werden Tannenbäume zu Rannböcken und Kinderwagen zu Räumpanzern. Ich will nach Hause. Jammert Niklas. Doch Melina zieht ihn mit einem großen Schaufenster. Ich will nach Hause. Jammert Niklas. Doch Melina zieht ihn zu einem großen Schaufenster, vor dem hunderte genervte Mütter, Omas, Onkels und Tanten an Kindern zerren. Ich will nach Hause. Jammert Niklas. Doch Melina zieht ihn zu einem großen Schaufenster, vor dem hunderte genervte Mütter, Omas, Onkels und Tanten an Kindern zerren. die offen, mäulig, sabbernd starren oder ihre Nasen an das Glas kleben. Guck dir das genau an. Ach so. Guck dir das genau an, fordert sie Niklas auf und zeigt auf den gütig lächelnd mechanischen Weihnachtsmann, der da im Schaufenster steht und nickt und mit der Rute winkt. Das ist doch alles andere als friedlich. Niklas ergibt sich seinem Schicksal. Du meinst, Weihnachtsmänner sind verkappte Sadisten? In dem Moment wird Melina von einem Weihnachtsmann angerempelt, der aus dem Kaufhaus stürzt und mit prall gefüllten Sack in der Menge untertaucht. Haltet den Dieb, schreit ein Verkäufer und versucht verzweifelt dem Weihnachtsmann zu folgen. Vergeblich. Melina reibt sich den schmerzenden Oberarm. Und du glaubst gar nicht, wie viele Spitzbuben im Weihnachtsmann-Outfit zu dieser Zeit hier unwesend treiben. Vielleicht lädt der diebische Weihnachtsmann seinen prall gefüllten Sack bei armen Kindern, überlegt Niklas. Das hätte dann sein Gutes. Schön wär's. Traurig lehnt sie ihren Kopf an seine Schulter. Ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann. Hey. Er drückt sie fest und gibt ihr einen Kuss. Es gibt doch noch die Engel und die sind viel wichtiger als so ein oller, vielfach geklonter Weihnachtsmann. Ein kleines Lächeln huscht über Melinas Gesicht. Glaubst du? Ja, klar. Überleg doch mal. Es gibt die gelben Engel, die rettenden Engel, die Erzengel, die himmlischen Herrscher und die Schutzengel. Er macht eine kleine Pause. Und dich. Ach du. Sie lacht und schmiegt sich zärtlich an ihn. Engel sind doch was ganz Tolles. Ich liebe Engel. Vor allem einen. Amor. Weil der geflügelte Liebesgott seinen Pfeil auf uns geschossen hat. Ohne Waffen geht's wohl nicht, murmelt Melina. Ohne uns zu verletzen. Niklas hebt mit dem Finger ihr Kinn an. Schließlich hören wir seitdem die Engel singen und jubilieren mit ihnen, oder? Hm? Schließlich hören wir seitdem die Engel singen und jubilieren mit ihnen, oder? Stimmt. Meistens jedenfalls. Na siehste. Und weil in der Weihnachtsgeschichte irgend so ein Engel die Geburt Jesu verkündet, können wir getrost auf alle Weihnachtsmänner verzichten. Das ist die frohe Botschaft, sagt sie. Niklas nickt. Nieder mit den Weihnachtsmännern. Melina blickt sich um, holt tief Luft und skandiert. Nieder mit dem Konsumjubelfest und der Geschenkejagd. Nieder mit dem grimmig dreinblickenden Jägern und übernächtig guckenden Weihnachtsfeiergeschädigten. Nieder mit all dem akustischen Weihnachtsliederschrott, mit all den Tannenbäumen, mit all den bunt blinkenden Weihnachtssternen, die mit ihren Tieren Herzrhythmusstörungen bescheren. Es lebe die Liebe und der Frieden. Können wir jetzt nach Hause gehen? Fragt Niklas hoffnungsfroh. Können wir. Melina hakt ihn unter und sie spazieren durch kleine Seitengassen zu ihr nach Hause. Dort verkündet sie ihrer Familie entschlossen, dass sie diese ganze Schenkerei abschaffen und in den Weihnachtsstressstreik treten möchte. Denn sie sei an der Zeit... Oh. Gleich. 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 Denn es sei an der Zeit... Denn es sei an der Zeit, sich wieder darauf zu besinnen, was Weihnachten wirklich bedeutet. Ihre Eltern finden das in Ordnung. Niklas sowieso. Aber ihr Bruder Falco ist wütend. Du bist einfach nur gemein und geizig bist du auch. Doch damit kann Melina leben. Je näher das Weihnachtsfest rückt, je stärker es nach Weihnachten duftet und je öfter sie fröhliche Weihnachten hört, desto unruhiger wird Melina. In diesem Jahr wird Weihnachten anders sein als die Jahre zuvor. Dabei war es früher eigentlich im Prinzip immer recht schön. Im Großen und Ganzen. Zwei Tage vor Heiligabend schnappt sie sich schließlich kurzerhand ihre Daunenjacke und verlässt das Haus. Sie ist selbst überrascht, dass sie plötzlich durch die Fußgängerzone schlendert. Vielleicht sollte sie doch eine Kleinigkeit besorgen. Überlegt sie. Wenigstens für Falco und Niklas als eine Art Liebesbeweis. Und ehe sie sich versieht, durchstöbert sie zunächst das Kaufhaus und sucht dann in der Buchhandlung Bücherstapel und Regalbretter ab. Ein paar Stunden später schleicht sie sich leise in die Wohnung und in ihr Zimmer. Stolz und glücklich betrachtet sie ihre Beute. Falco wird das Modell für seine Eisenbahnanlage bestimmt super finden. Es ist ein abgeschütztes Segelflugzeug. Für Niklas hat sie ein Buch besorgt. Ein Weihnachtsmuffelbuch. Doch das wird eine echte Überraschung. Sie freut sich heute schon auf die Gesichter der beiden. Als sie am Heiligabend ihrem Bruder das Geschenk überreicht, wundert der sich sehr. Und er freut sich riesig über das abgefahrene Geschenk. Supi! schreit er. Mensch Melina, jetzt weiß ich's wieder, was ich dir wert bin. Einen kleinen Stich versetzt es ihr schon, dass sie selbst leer ausgeht. Später kommt Niklas, um sie zur Weihnachtspause im Ort abzuholen. Er küsst sie. Hallo du! Haucht er ihr ins Ohr. Gleich steppen alle Engel um ihren himmlischen Herren herum. Mit uns! Komm schon! Moment, ich hab noch was für dich! Murmelt sie und überreicht ihm ihr Geschenk. Oh, danke, aber ich dachte, du wolltest doch... Also, äh... Stottert Niklas verlegen, nimmt das Geschenk und lässt es wie eine heiße Kartoffel von einer Hand in die andere Hand wandern. Äh, nochmal? Stottert Niklas verlegen, nimmt das Geschenk und lässt es wie eine heiße Kartoffel von einer Hand in die andere wandern. Ist nur ne Kleinigkeit. Aber... Er sieht sie verdutzt an. Aber... Er sieht sie verdutzt an. Ähm, wir wollten doch nicht mal ne klitzekleinigkeit schenken, also... Der Gedanke, dass Niklas tatsächlich nicht das kleinste Geschenk für sie hat, verletzt Melina. Nun pack schon aus, sagt sie und spürt einen großen Kloß im Hals. Niklas reißt das Papier auf und starrt auf das Buch. Schön, Geschichten für Weihnachtsmuffel. Melina schluckt. Sie weiß, Niklas hat sich ihre Abmachung... Melina schluckt. Sie weiß, Niklas hat sich an ihre Abmachung gehalten. Na... Niklas gluckst. Nur mühsam bringt er den Satz heraus. So Weihnachtsmuffelig bist du wohl doch nicht. Dann lacht er laut und nimmt sie fest in die Arme. Bist voll in die Weihnachtsfalle getappt, meine Weihnachtsfrau. Er gibt dir einen Kuss. Fröhliche Weihnachten, mein Engel. Melina schluckt erneut, nickt dann und muss schließlich auch lachen. Stimmt. Wie alle Jahre wieder. So, das war die kleine Geschichte für heute. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis morgen zum nächsten Türchen. Tschüss!